Die Länder mit der kleinsten Bevölkerung der Welt Willkommen zu unserem neuen Video In diesem Video stellen wir einige Kuriositäten über die 10 Länder mit der geringsten Einwohnerzahl vor. Machen Sie sich bereit, erstaunliche Dinge über diese Länder zu erfahren und überraschen Sie Ihre Freunde mit diesen interessanten Fakten. Nummer 10 – Dominika Es hat rund 71.810 Einwohner. Dieser Inselstaat liegt im Karibischen Meer und ist nicht dasselbe wie die Dominikanische Republik. Obwohl Dominika ein kleines Territorium hat, wurde der Nationalpark Morne Trospitons am 1997 zum Weltnaturerbe ernannt. Nummer 9 – Marshallinseln Etwa 58.790 Menschen leben in diesem Land, das in Mikronesien, einer Subregion in Ozeanien, liegt. Sein Territorium ist 181 Quadratkilometer groß und besteht aus fünf einzelnen Inseln. Fast die Hälfte der Einwohner leben in der Hauptstadt Majuro, etwa 25.000 Menschen. Nummer 8 – St. Kitz und Nevis Dieses Land hat 52.830 Einwohner. Seinen Namen verdankt es der Tatsache, dass das Land aus zwei Inseln besteht, St. Kitz und Nevis. Trotz seiner geringen Bevölkerung empfängt dieses Land etwa 1,2 Millionen Touristen pro Jahr. Nummer 7 – Monaco Es hat rund 38.960 Einwohner. Dieses europäische Fürstentum liegt in der Nähe von Frankreich. Sein Territorium ist nur 1,21 Quadratkilometer groß, was ihn den Titel der am dichtesten besiedelten Nation der Welt verleiht. In Monaco leben 26.337 Einwohner pro Quadratkilometer. Eine merkwürdige Tatsache über dieses Land ist, dass 32% der Bevölkerung Monacos Millionäre sind. Nummer 6 – Lichtenstein Dieses Land liegt zwischen der Schweiz und Österreich. Es hat eine Landfläche von 99,78 Quadratkilometern. Lichtenstein ist das am wenigsten besuchte Land in Europa. Es sticht in der BIP-Liste nicht durch einen geringeren Umsatz hervor, aber analysiert man die Wirtschaftskraft pro Einwohner, so liegt dieses Land weltweit an zweiter Stelle. Nummer 5 – San Marino Dieses Land hat etwa 33.860 Einwohner. Das Gebiet von San Marino ist 61,2 Quadratkilometer groß. Jährlich empfängt dieses Land normalerweise etwa 3 Millionen Touristen. In der Liste der kleinsten Länder Europas belegt San Marino den dritten Platz. Eine merkwürdige Tatsache über dieses Land ist, dass es ein Museum der Kuriositäten hat, das Museo delle Curiosita, in dem eine Reihe von besonderen Gegenständen ausgestellt sind, wie unter anderem eine Nasenuhr und das größte Haar der Welt. Nummer 4 – Palau Die Bevölkerung dieses Landes beträgt etwa 18.010 Einwohner. Palau erlangte 1990 seine Unabhängigkeit als Land und ist damit das neueste am dünnsten besiedelte Land auf der Liste. Dieses Land liegt in der Nähe der Philippinen und besteht aus 250 Inseln. Es hat eine sehr große Landfläche im Vergleich zu den Top 3, insgesamt 395,06 Quadratkilometer. Nummer 3 – Naoro 12.580 Einwohner leben in diesem Land. Dieses Land gehört nicht nur zu den Top 3 der bevölkerungsärmsten Länder der Welt, sondern ist mit nur 12,9 Quadratkilometern auch der kleinste Inselstaat der Welt. Eine merkwürdige Tatsache an diesem Land ist, dass es auch das höchste Pro-Kopf-BP der Welt hatte. Dies ist auf die große Menge an Phosphat in Naoro zurückzuführen, aber nach der übermäßigen Ausbeutung dieses Materials hatte das Land eines der niedrigsten BIP der Welt. Nummer 2 – Tuvalu Dieses Land hat nur 11.650 Einwohner. Es ist ein kleiner Archipel in der polynesischen Region. Eine merkwürdige Tatsache an diesem Land ist, dass es neben einer kleinen Bevölkerung auch einen kleinen Teil der Landfläche hat, etwa 26 Quadratkilometer, und diese Fläche nimmt jedes Jahr mit dem Ansteigen des Meeres ab. Und die am dünnsten besiedelte Stadt auf Platz 1 ist, der Vatikan. Die Vatikanstadt hat eine Bevölkerung von etwa 825 Einwohnern. Eine Kuriosität am Vatikan ist, dass er vollständig von der Stadt Rom umgeben ist. Abschluss Viele dieser Länder haben eine territoriale Begrenzung, da das Territorium klein ist oder ein vom Meer begrenzter Inselstaat ist. Diese kleineren Gebiete haben eine geringere Verfügbarkeit natürlicher Ressourcen, was sie auch wirtschaftlich einschränkt. Und verrate mir in den Kommentaren, hast du schon eines dieser Länder besucht? Bis zum nächsten Mal.